Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bake and Play on Tour. Heute sind wir wirklich mal auf Tour, auf großer Tour. Wie ihr hinter mir schon sehen könnt, wir befinden uns in Miami in Florida und wir werden heute zusammen den Miami Zoo erkunden. Ich selbst war vor ein paar Jahren schon mal hier, es wird sich mit Sicherheit einiges verändert haben. Ich kenne mich in diesem Zoo nicht so gut aus wie in den meisten anderen Zoos, deshalb werden wir wie gesagt den Zoo gemeinsam heute einfach entdecken und wir schauen jetzt einfach mal rein. Den ersten Komplex, den wir uns jetzt gemeinsam anschauen werden, das ist der Nordamerika- bzw. der Florida-Komplex und der startet hier bereits mit dem ersten Gehege oder dem ersten Habitat für Wassergeflügel. Unter anderem haben wir hier braune Pelikane oder Meerespelikane sogar, die man bei uns in Deutschland auch sehr sehr selten sieht. Ich glaube, wenn dann nur in irgendwelchen Vogelparks in Walzrode vielleicht sogar. Ja und wir schauen jetzt einfach mal weiter in den Nordamerika-Komplex, wo wir einige seltene Tiere sehen werden, die wir in Deutschland so eigentlich nie zu Gesicht bekommen. So und wir begeben uns jetzt auf ein kleines Abenteuer und werden in den Krokodiltunnel gehen. Mal gucken, ob er Erwachsenen gerecht ist, ob wir da überhaupt durchkommen. Und ich sehe schon, ich werde griechen müssen. Hier haben wir jetzt nochmal ein wunderbares Beispiel dafür, für die interaktiven Tiergehege, die es so häufig in den USA gibt. In den USA bzw. in Florida gibt es nicht nur den amerikanischen Alligator oder den Mississippi Alligator, den ihr alle kennt, sondern es gibt tatsächlich auch Krokodile dort. Hier könnt ihr nun eines dieser Exemplare sehen und einen der Zoobesucher, der sich hier in diesem Krokodil-Unterwassertunnel befindet. Und auch wunderbar, ja die Interaktion, die dann mit diesen Tieren eben möglich ist. Dieses Krokodil scheint wirklich sehr sehr hungrig zu sein und eben diesen Besucher hier ganz gerne verspeisen zu wollen. Ich habe mich kurze Zeit danach dann auch nochmal in diesen Tunnel getraut, was ihr jetzt dann auch gleich sehen werdet. Leider Gottes, oder Gott sei Dank vielleicht sogar, war ich allerdings nicht so appetitlich wie der junge Herr, der vor mir eben in diesem Gang drin war. Das seht ihr gleich, das Krokodil war bei mir sehr unbeeindruckt. Wie schon bereits erwähnt, ist es in den USA in vielen Zoos gang und gäbe, dass es eben solche interaktiven Tieranlagen gibt. Wir werden später auch noch ein bisschen mehr davon sehen. Es gibt hier unter anderem auch noch eine Bootstour, die wir auch noch mitgemacht haben. Aber ja, genau. Und hier könnt ihr jetzt eben auch sehen, wie unbeeindruckt sich das Krokodil letztendlich von mir gezeigt hat. Also ich nehme das Ganze nicht persönlich, aber es war auf jeden Fall ein wahnsinniger Spaß, ein Tiergehege einfach auch mal so entdecken zu können. Hier in diesem Gehege sieht man nun einen der vielen Vertreter der Bärenarten, die es in Nordamerika gibt. Eine der häufigsten Bärenarten und fast über den ganzen Kontinent verbreitet ist der amerikanische Schwarzmöhr. Es gibt auch hier in Florida tatsächlich eine Population dieser Bären, die sie in den Everglades und in den Sumpfgebieten aufhalten und dort zu Hause sind. Hier in diesem Gehege sehen wir jetzt wieder eine Tierart, die in amerikanischen Zoos und in der amerikanischen Wildnis natürlich sehr häufig vorkommt. Über den ganzen nordamerikanischen Kontinent verbreitet ebenso wie der amerikanische Schwarzbär ist der Graufuchs, der ebenfalls in deutschen zoologischen Einrichtungen eher eine absolute Seltenheit ist. Hier in diesem Gehege sehen wir jetzt den amerikanischen Alligator oder den Mississippi Alligator. Wer an Florida denkt oder generell an Nordamerika, denkt natürlich bei Krokodilen zuerst an die Alligatoren, die es hier wirklich überall gibt. Ein guter Tipp ist auch, wer nach Florida oder North Carolina, South Carolina oder generell in Sumpfgebieten unterwegs ist, immer an den Wasserflächen schauen, denn dort wird man größtenteils immer irgendwo einen der Alligatoren finden. Was wir vorher gesehen haben in dem Unterwassertunnel ist etwas, woran man nicht denkt, denn in Florida gibt es nicht nur Alligatoren, sondern auch die amerikanischen Krokodile. Davon hatten wir vorher ein relativ großes Exemplar gesehen, das seinen Spaß daran hatte, die Besucher im Unterwassertunnel zu jagen und zu versuchen, diese zu verspeisen. Hier haben wir nun auch ein schönes Beispiel für invasive Spezies. Der Kollege, den ihr hier unten sehen könnt, der grüne Leguan, ist sozusagen ein Eindringling in das biologische System Nordamerikas. Grüne Leguane sind, dadurch, dass sie ausgesetzt worden sind von irgendwelchen Reptilienhaltern und so weiter, haben sich sehr gut an den Lebensraum hier angepasst, an das feuchtropische Klima in Florida, finden hier natürlich optimale Bedingungen, vermehren sich hier auch und schaden dem hiesigen Ökosystem. Hier, wie gesagt, haben wir einen dieser Vertreter, den ihr hier ganz offensichtlich einfach mal am Rande des Geheges der amerikanischen Alligatoren sehen könnt. Hier haben wir auch noch ein kleines, faszinierendes und fast unscheinbares Tier, die Kaninchenäule. Die Kaninchenäule ist ein relativ untypischer Vogel, besonders wenn man, wenn man an Eulen denkt, dann denkt man daran, dass sie irgendwo in Bäumen hausen oder sich dort vielleicht irgendwelche Höhlen in Baumstämmen suchen. Die Kaninchenäule wohnt unterirdisch. Das heißt, sie wohnt in Erdlöchern, hauptsächlich in der amerikanischen Prärie eigentlich, wo sie vor Wind und Wetter geschützt ist, denn dort in diesem Lebensraum sind die Wetterverhältnisse teilweise sehr unterschiedlich. Gerade in der amerikanischen Prärie in den Midlands ist es oft so, oder ist es hin und wieder so, dass die Temperaturen sich innerhalb eines Tages um die 50 Grad unterscheiden können. Hier in diesem Läge haben wir eine absolute Seltenheit. Und zwar handelt es sich bei diesem Tier hier um keinen einfachen Puma, sondern um eine ganz spezielle Unterart, nämlich den Florida Panther. Der Florida Panther ist letztendlich ein Puma, aber er ist ein wenig kleiner und ein wenig schlanker. Es ist ein relativ seltenes Tier. Inzwischen gibt es zwar wieder ca. 200 Exemplare dieser Tierart, aber vor wenigen Jahren sind nur noch ca. 20 Tiere davon übrig geblieben in freier Wildbahn. Durch diverse Schutzmaßnahmen im Lebensraum der Katzen konnte die Population der Tiere aber stabilisiert werden. Hier haben wir nun eine wunderschöne große Anlage für die Sumatra Tiger. Im Hintergrund an dem Tempel könnt ihr auch eine der Katzen schon liegen sehen. Ihr seht, ist die Anlage relativ großzügig gestaltet, mit sehr schönem natürlichen Baumbestand. Natürlich ist das hier in Florida relativ einfach durch das tropische Klima dementsprechend die Lebensräume auch sehr natürlich aussehen zu lassen oder dementsprechend Tieren wie den Tigern hier anpassen zu können. Die Anlage generell finde ich sehr interessant gestaltet. Zum einen durch den tiefen Graben, der hier mit Wasser gefüllt ist im Vordergrund und zum anderen durch die Tempelanlage im Hintergrund. Wir befinden uns jetzt hier im asiatischen Parkteil. Wie ihr vorher an den Sumatra Tigern auch schon erkennen konntet, hier auf dieser Seite haben wir jetzt nochmal eine große Anlage für Weißwangengebonz. Bei den Weißwangengebonz ist es sehr schön zu erkennen, dass wir hier einen Geschlechtstimorphismus haben. Das heißt, an der Fellfarbe kann man das Geschlecht der Tiere erkennen, ohne dass man den Tieren unter den Rock schauen muss. Die Männchen haben hierbei ein schwarzes Fell und die Weibchen sind goldblond. So kann man die Tiere eben sehr gut unterscheiden. Hier in dieser etwas klein anmutenden Anlage, wobei sie so klein gar nicht ist, haben wir eine weitere Krokodilart. Das Schöne ist, durch das Klima, in dem wir uns hier befinden, gibt es für diese Tiere sehr viele oder sehr häufig in den Zoos Außenanlagen, was bei uns in Deutschland nun mal einfach nicht möglich ist. Hierbei handelt es sich diesmal um ein kubanisches Krokodil. Ich habe jetzt leider kein zweites Exemplar gesehen, kann nichts dazu sagen, ob dieses Tier hier alleine gehalten wird. Auf jeden Fall, auch die kubanischen Krokodile sind stark bedroht. Eine sehr seltene Spezies, auch seltener in Zoos gehalten. Der nächste Bereich, in dem wir uns begeben, ist Wings of Asia. Eine sehr große Flugfoliere für diverse Vogelarten aus dem asiatischen Raum, wie dein Name schon sagt. Das werden wir uns jetzt gleich zusammen anschauen. Ich werde dazu nicht sehr viel sagen, dazu Vögeln kann ich immer relativ wenig erwähnen. Aber lasst euch einfach von den Bildern ein klein wenig berieseln. Hier seht ihr nun, wir befinden uns im Inneren einer gigantischen Freiflugfoliere. Ihr hattet ja die Boliere in München auch schon gesehen. Falls nicht, dann guckt euch das Video auf jeden Fall auch nochmal an. Das hier ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wobei ich glaube, sie ist nicht so viel größer, aber sie ist auf jeden Fall ein gutes Stück höher. Und ja, guckt euch einfach mal an, was diese Boliere hier alles zu bieten hat. Von Wassergeflügel über Tauben, ja einiges, was die asiatische Tierwelt eben herzugeben hat. Vielleicht können wir auch sogar irgendwo das Pärchen Erdenträgerpaue entdecken. Ich bin nicht so viel auf jeden Fall. Ich bin nicht so viel auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier seht ihr nun eine großzügige Anlage für die Gruppe asiatischer Elefanten. Im Zentrum der Anlage haben wir zwei künstlich erzeugte Baobabäume, bei denen sich innen drin, also in diesem Kunstfelsbaumstamm, jetzt entweder ein echter Baum befindet, was dekorativ natürlich einen ganz schönen Eindruck macht. Die Tiere hier in der Anlage, könnt ihr sehen, haben relativ lange Stoßzähne. Gerade der Bulle hier hinten auf der rechten Seite auch. Sehr, sehr beeindruckend mit dem großen Buckel auch, also da scheint schon ein paar Jahre Vorsicht, Schenkelklopfer auf dem Buckel zu haben. Und was ihr hier erkennen könnt, was es in sehr vielen amerikanischen Zoos gibt, beziehungsweise gerade in diesen tropischeren oder südlichen Bereichen von Nordamerika, es gibt Sonnenunterstände für die Tiere. Es gibt keine großen oder befestigten Innenanlagen für die Tiere, zumindest nicht begehbar für die Besucher, denn aufgrund des Klimas und der Temperaturen brauchen die Tiere keine großartigen Rückzugmöglichkeiten während des Tages, dass sie sich den ganzen Tag eigentlich draußen aufhalten können. Hier haben wir auch noch eine Seltenheit, einen Black-Nacked Stork. Ich kenne jetzt leider den richtigen Namen auf Deutsch nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, entweder Schwarznacken oder Schwarzhalsstork. Ich sage jetzt auch einfach mal, dass es sich um ein sehr seltenes Tier handelt, denn für mich ist es eine Erstsichtung. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich eins dieser Tiere schon mal irgendwo in einem deutschen oder europäischen Zoo gesehen hätte. Falls es so sein sollte, dass es sie doch in deutschen oder europäischen Zoos gibt oder sie häufiger gehalten werden, dann sagt mir das gerne bitte in den Kommentaren. Wie gesagt, ich habe bis jetzt noch keins dieser Tiere irgendwo, zumindest bewusst gesehen. Direkt neben der Anlage für die asiatischen Elefanten und wenn man den kleinen Bogen um das Gehege herum geht, findet man dann hier die Anlage für die indischen Panzernashörner. Hier haben wir ein Pärchen bzw. ich denke mal, dass es kein Pärchen ist, sondern es sieht für mich eher nach Mutter und Jungtier aus, auch wenn das Jungtier nicht mehr wirklich ganz so taufrisch scheint. Das Jungtier scheint auch schon das ein oder andere Jährchen auf dem Buckel zu haben, aber Nashörner sind generell sehr soziale Tiere, sodass die Jungtiere viel Zeit mit und bei ihrer Mutter verbringen. Direkt im Anschluss an die indischen Panzernashörner kommen wir zu einem kleinen Stilbruch. Dann die Tiere, die wir hier jetzt auf dieser großen Anlage sehen, gehören eigentlich nicht nach Asien, denn es handelt sich um afrikanische Löwen. Es gibt zwar auch asiatische Löwen, aber die sind hier nicht vertreten, ich denke, dass diese Tiere wahrscheinlich in der Vergangenheit hier auf der Anlage waren, aber dann letztendlich irgendwann gegen afrikanische ausgetauscht wurden. Was ihr hier an dieser Anlage auch wieder sehen könnt, ist wie bei den Sumatra-Tigern auch, dass die Anlagen für die Großkatzen doch relativ groß sind, sodass die Tiere Platz haben, um sich dort auszubreiten, um zu laufen, zu klettern und so weiter. Auch hier haben wir wieder ein schönes Beispiel für eine Außenanlage für Reptilien. Und zwar haben wir hier eine Anlage für die Komodowarane. So wie es aussieht, ist auch leider hier wohl nur ein Einzeltier auf der Anlage. Zumindest kann ich kein weiteres Tier entdecken. Das finde ich grundsätzlich immer recht schade, gerade wenn die Tiere dann auch nicht mit anderen Tieren noch vergesellschaftet sind, also mit anderen Tierarten in dem Sinne. Ja, denn wie ihr euch vorstellen könnt, kann das auf Dauer mit Sicherheit sehr langweilig sein, wenn man keinen Artgenossen hat, sondern immer nur auf sich selbst angewiesen ist. Trotzdem finde ich es wieder schön, dass die Tiere hier eine Außenanlage haben. Auch die Komodowarane sind eine Tierart, die in letzter Zeit zwar in den Zoos häufiger gehalten und auch gezeigt wird dementsprechend. Trotzdem sind sie immer noch relativ selten anzufinden. Und doch eigentlich eine sehr beeindruckende Tierart, denn es handelt sich dabei um die, ich glaube tatsächlich um die größte und berüchtigste Baranart, die es gibt. Hier haben wir jetzt zwischen den ganzen afrikanischen Tieren, die wir in der Zwischenzeit gesehen haben, nochmal einen Vertreter der asiatischen Tierwelt. Ich denke mal, es handelt sich hier um eine Ausweichanlage für ein zweites Tier der Tiefland-Annoas. Tiefland-Annoas vielleicht erstmal dazu. Tiefland-Annoas sind eine Rinderart, genauer gesagt sind Tiefland-Annoas Zwergwasserbüffel, also mit den Wasserbüffeln sehr eng verwandt. Es gibt zwei Annoa-Arten letztendlich. Es gibt einmal den Tiefland-Annoa und es gibt den Berg-Annoa. Bei den Berg-Annoas geht man davon aus, dass die Tierart kurz vorm Aussterben steht, beziehungsweise in freier Wildbahn tatsächlich schon ausgestorben ist. Es gibt ein letztes Exemplar davon, weltweit das letzte Exemplar vermutlich sogar, im Zoo in Krefeld. Also wer diese Tierart noch einmal zu Gesicht bekommen will, der sollte auf jeden Fall den Krefelder Zoo besuchen. Hier auf dieser Anlage sieht man auch wieder eine Erfolgsgeschichte der Arterhaltung in Zoos. Die arabische Oryx, die wir hier in diesem Gehege sehen, die auch Einhorn genannt wird, denn wenn man sie von der Seite durch die Wüste laufen sieht, sieht es tatsächlich so aus, als gäbe es nur ein langes Horn. Die arabische Oryx war 1972 als ausgestorben in der freien Wildbahn erklärt worden. Aber durch gezieltes Züchten in zoologischen Gärten gibt es inzwischen eine stabile Population wieder in der freien Wildbahn von über 1000 Tieren. Also die Tiere gelten nach wie vor noch als gefährdet, allerdings nicht mehr als ausgestorben. Diese Tierart konnte also erfolgreich in den Zoos vor dem Aussterben geschützt werden, vor dem Aussterben bewahrt werden. Das ist das richtige Wort dafür. Was in Afrika letztendlich die Antilopen sind, sind in Asien die Wildrinder und die Hirscharten. Hier haben wir in dem Gehege eine der beeindruckendsten Wildrinderarten, die es überhaupt auf der Erde gibt. Wir haben den indischen Gaur. Der indische Gaur ist eine sehr große, wenn nicht sogar die größte Wildrinderart. Wird leider Gottes in deutschen Zoos oder europäischen Zoos kaum noch gehalten. Ich glaube, dass es in ganz Europa nur noch zwei oder drei Haltungen gibt. Unter anderem eine davon im Zoo in Berlin. Wie gesagt, der indische Gaur ist äußerst beeindruckend durch seinen großen Buckel und die beeindruckenden Hörner. In Deutschland hat man sich inzwischen mehr auf die Haltung der Bantangs, also eine weitere schöne Wildrinderart aus Asien, spezialisiert. Hier in dieser Anlage haben wir auch nochmal eine Rarität, die man in Deutschland und Europa überhaupt nicht zu sehen bekommt. Ihr werdet auf den ersten Blick vielleicht sagen, wieso? Das sind doch Elenantilopen. Die haben wir unter anderem in München und auch in Nürnberg schon gesehen. Nein, nicht ganz korrekt. Das sind Riesen-Elenantilopen. Also grundsätzlich Elenantilopen ja, aber eine spezielle Unterart eben die Riesen-Elenantilopen, die nochmal ein Stück größer, gewaltiger und muskulöser sind. Man erkennt es vielleicht auch an der Fellzeichnung. Die Tiere haben ein kräftigeres Braun und die Streifen auf dem Rücken, die weißen Streifen sind eindeutig deutlicher zu sehen, als sie bei den normalen Elenantilopen ausgeprägt sind. Im Hintergrund konntet ihr vielleicht auch erkennen, gibt es hier eine angedeutete Gemeinschaftshaltung. Es handelt sich hier nicht wirklich um eine Gemeinschaftshaltung. Im Hintergrund sind auch die Grevy-Zebras noch untergebracht. Im Zoo in Miami haben wir sehr viele Raritäten. So auch in diesem Gehege wieder, die seltene Dünen-Gazelle, die mir in keiner deutschen oder europäischen Haltung bekannt ist. Auch hier wieder, sollte ich mich irren, dann hinterlasst mir bitte einen Kommentar und korrigiert mich, was das angeht. Dennoch, ja, für mich, wie gesagt, ich habe diese Tiere bisher noch in keinem deutschen oder europäischen Zoo gesehen. Ihr gesehen habt, gibt es auch ein Jungtier hier auf der Anlage, das hier gerade auch wie verrückt herumspringt und sich seines Lebens freut. Hier seht ihr auch, was für Wahnsinnsgeschwindigkeiten diese Tiere drauf bekommen. Und jetzt handelt es sich hierbei lediglich um ein Jungtier. Da könnt ihr euch vorstellen, wie schnell die Alttiere sind. Und hier ist es uns zu sehen. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Und hier ist es. Gleich gegenüber der Dünen-Gazellen haben wir hier eine der wenigen Gemeinschaftshaltungen. Ich hoffe tatsächlich, dass es sich hier nicht jeweils um Einzeltiere handelt. Dennoch haben wir hier einen extrem seltenen Gelbrückenducker, den wir neulich ja schon sehr gut in Nürnberg im Tiergarten auch sehen konnten. Rechts daneben befindet sich dann ein Bongo. Bongos haben im Endeffekt einen ähnlichen Lebensraum, wie es die Okapis auch haben. Das heißt, Bongos sind eher Dschungeltiere. Dementsprechend auch ihre Fellfärbung, damit sie im Dschungel mehr oder weniger mit ihrer Umgebung verschmelzen können. Genau, und hier teilen sich die Bongos eben ihr Gehege mit den Gelbrückenduckern. Hier könnt ihr etwas sehen, das man sehr häufig im US-amerikanischen Zoo sehen kann. Animal Encounters nennt sich das Ganze. Dort werden den Besuchern Tiere nähergebracht, indem sie bewusst Tiere füttern können. Ihr wisst ja mit Sicherheit, dass die Besucher immer dazu versucht sind, Tiere zu füttern mit irgendwelchen ungesunden Sachen, was sie halt gerade mitbringen. Seien es Pommes, Popcorn, was auch immer. Dem wird hier vorgebeugt, indem man den Besuchern tatsächlich die Möglichkeit gibt, den Tieren Nahrung zu geben, die sie tatsächlich auch essen würden. Hier in dem Fall bei den Giraffen sind es Salatblätter. Man kann hier für ein paar wenige Dollar sich eine Handvoll Salatblätter organisieren und dann die Tiere direkt füttern. Gerade für Kinder ist das immer ein ganz tolles Erlebnis, aber auch die Erwachsenen haben hier sichtlich Spaß dabei. Jetzt nochmal den Plan des Zoos von Miami. Wie ihr schon sehen könnt, es handelt sich um einen relativ großen Zoo. Wir waren bereits in den Bereichen Nordamerika. Auch Asien mit den Wings of Asia haben wir schon gesehen. Jetzt sind wir gerade im Bereich Afrika. Genau hier an diesem Punkt. Wir werden dann noch ein Stückchen durch Afrika durchgehen. Südamerika uns anschauen. Letztendlich dann in Australien landen und dann den Zoo auch wieder verlassen. Hier begeben wir uns jetzt auf einen der letzten, auf den Weg in einen der letzten Bereiche im Miami Zoo. Und zwar den Südamerika-Bereich. Hier genannt Amazon and Beyond. Also alles, was sich so im Regenwald von Südamerika im Amazonas beheimatet, werden wir hier finden. Zumindest einen kleinen Teil davon. Denn die Tierwelt des Amazonas ist ja doch sehr groß. Und hier auf dem Schild rechts könnt ihr auch schon sehen, was uns dort erwarten wird. Jaguare, Brüllaffen, Krokodile, Ameisen, Bären, Riesenotter, Harpien und vieles mehr. Also lasst uns hineinschauen. Hier im Bereich des Flooded Rainforest, also dem überfluteten Regenwald, gibt es neben einem großen Innenbecken, in dem sich Arapaimas, Pakus und Welse befinden, auch dieses kleine Außenbecken, in dem wir Stechrochen haben. Des Weiteren befinden sich hier noch einige Volieren mit Klammeraffen, äh, mit Klammeraffen, sag ich schon, mit Brüllaffen und goldenen Löwenäffchen. Leider Gottes ist das immer ein bisschen schwierig, durch das Gitter durchzufilmen, weswegen wir euch die Aufnahmen leider nicht zeigen können. Aber wir werden euch definitiv noch einiges aus dem Südamerika-Bereich zeigen können. Hier in dieser Voliere könnt ihr ein Tier sehen, das auch sehr selten zu sehen ist in deutschen Zoos und auch in Europa und generell in der Zoohaltung. Es handelt sich dabei um den kleinen Ameisenbären. Bei den Ameisenbären gibt es insgesamt drei Arten. Es gibt den großen Ameisenbären, den man von großen amerikanischen Pampasanlagen, ähm, ja, eigentlich kennt, von Gemeinschaftshaltungen. Dann gibt es eben den kleinen Ameisenbären, den wir hier sehen können. Und es gibt noch den Zwergameisenbären, den man allerdings, soweit ich das weiß, in keiner Zoohaltung weltweit findet, da die Haltung äußerst schwierig bis fast unmöglich ist. Wie ihr hier auch sehen könnt, ist der kleine Ameisenbär im Gegensatz zu seinem großen Verwandten, dem großen Ameisenbären ein äußerst geschickter und talentierter Kletterer. Hier sind wir jetzt im Australienbereich, das Miami Metro Zoo. Und für all diejenigen, die meine Planet Zoo Videos schauen, die werden vielleicht so einen kleinen Flashback jetzt haben. Denn dieser Bereich erinnert ziemlich an mein Koala-Gehege, das ich in Swamp Lake Zoo gebaut habe. Mit diesen einzelnen drei Anlagen, dem Weg der Verbindung, die dann ins Haus führt. Und auf der linken Seite könnt ihr dann auch gleich noch meine Lieblingsbäume entdecken. Ihr erkennt es vielleicht am Stamm schon ein klein wenig. Genau, das ist der Regenbogen-Eukalyptus. Und ja, er sieht tatsächlich auch so aus wie im Spiel und ich finde ihn auch hier sehr faszinierend. Aber jetzt schauen wir mal, was wir im Australienbereich alles vor die Linse kriegen. Den Wombat haben wir leider gerade nicht gesehen, der befindet sich nicht in seinem Gehege. Und wir schauen jetzt einfach mal rein ins Haus. Wir sind jetzt hier im Inneren des Koala-Hauses. Ich bin ein klein wenig leise, weil das ist, ja, lärmberuhigte Zone, würde ich jetzt mal nennen. Ihr seht hier einen der Koalas, der gerade schläft. Das ist die Lieblingsbeschäftigung und die Hauptbeschäftigung der Tiere eigentlich. Koalas haben einen recht langsamen Stoffwechsel, so wie es Faultiere auch haben. Und deswegen sieht man sie relativ wenig unterwegs. Im Koala-Haus befindet sich unter anderem auch ein Pärchen Matschi-Baumkängurus. Leider konnten wir die Tiere nicht wirklich sehen, beziehungsweise sie waren nur relativ schlecht zu erkennen. Hier draußen haben wir jetzt noch eine weitere Außenanlage, wo ich vorher auch schon einen Kasuar-Laufen habe sehen. Der sich allerdings jetzt ein wenig rar macht. Aber wenn wir hier gleich um die Ecke schauen, dann, ja, da im Hintergrund kann ich ihn schon erkennen. Den sehen wir auch gleich noch ein bisschen besser. Hier im Hintergrund könnt ihr jetzt den Kasuar gerade beim Fressen sehen. Der Kasuar ist einer von zwei Laufvögelarten in Ozeanien, sage ich jetzt mal. Da es Kasuare nicht nur in Australien, also auf dem Hauptkontinent, gibt. Kasuare sind sehr interessant anzusehen, da sie von den Laufvögeln die farbenfrohsten sind. Und meistens, also die meisten Unterarten der Kasuare durch einen blauen Hals und durch eine Art Helm gekennzeichnet sind. Weswegen diese Kasuare hier auch Helmkasuare genannt werden. So, und damit sind wir auch schon am Ende unseres Rundgangs durch den Zoo Miami. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like da, lasst ein Abo da, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. In der nächsten Folge werden wir uns ein bisschen die Everglades anschauen. Also diesmal keine Tiere in Gefangenschaft oder hinter Gittern, sondern Tiere in freier Wildbahn. Also schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Bake & Play on Tour.